ja willkommen lieber farm aber fern zu diesem neuen let's play farm aber bin ich wieder will leider etwas krank für natürlich das ja meine stimme hat und heute auch nicht zur schule gegangen ja hier gibt es auf meiner fahrung im moment nicht so viel zu erzählen hab hier jetzt schon drei vier mal abgehandelt heute hier auch die ganze bäume das hier ist einfach mein mein grund warum ich noch farm aber spiele bei mir hier diese bäume haben richtig fasziniert auch viel liebe reingesteckt alles mit viel ja alles eben lange dauert bis das gespielt habe nicht hat mir jetzt mal gedacht wäre doch schade drum wenn das jetzt einfach alles weg gehen würde wäre auch eine menge echt geld drin ja hier gibt es nicht so viel zu sagen sieht scheiße aus ich weiß ich werde das dann nächste woche oder so wenn ich das dann laufe der woche umändern das alles schön aussieht hier habe ich jetzt meine österreich flagge hingehängt hier sonst gibt es nicht viel zu berichten ich hoffe dass bald die setzlinge sind oder dieses wie heißt das mit den züchten ihr wisst auch was ich meine das mit den zufälligen zucht tieren weiß gerade nicht wie das heißt leider das eine baum kann man sich jetzt ja auch kaufen finde ich irgendwie schade die sollte man auch mal verkaufen können der sich beim xxl bestimmt selten ja ich hoffe auf jeden fall bald auf diese neuen also nicht auf die neue soll auf den jetzt Dienstag auf der kommt bald sonst gibt es so viel zu richten morgen ist ja dieser gift entwählt und er wird dann auch einen bonus gegeben er gehört die gleiche oder morgen ansagen im bundeskot denn jetzt weiß ich noch nicht aber morgen werden wir mehr davon wissen ja für die leute die cable spielen wird heute dann noch die neue welt folgen ich weiß noch nicht welche uhrzeit ich schätze mal 13 uhr also circa eine halbe stunde schützt sich vielleicht auch später vielleicht früher vielleicht ist jetzt schon gestartet war sehr bezweifle egal jetzt ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag liebe Farmer Fans und bis morgen